Morgen, so anziehen und dann ab zur Berufsschule. Umgezogen und das erste Mal dieses Jahr in kurzer Hose raus. Ich freu mich. Guten Morgen, guten Morgen, hallo. Portemonnaie vergessen in meiner Arbeitshose. Ja, ich bin heute extra ungefähr 10 Minuten früher losgefahren, das heißt ich werde 10 Minuten, ne, eine Viertelstunde sogar vor Unterrichtsbeginn in der Schule gewesen. Aber, jetzt ist hier irgendwie ein Unfall, jetzt stehe ich so seit 20 Minuten im Stau. Eine halbe Stunde später und ich stehe immer noch im Stau. Das heißt, ich bin jetzt schon 40 Minuten zu spät. So, Mondschutz ist schon angezogen, ich bin jetzt in der Schule angekommen. Der hat mir Aua gemacht. Geh runter da. Ja komm, jetzt geh auch ganz drauf. Ganz oder gar nicht. Ja komm, jump jetzt. Trau dich nicht? Ja, du musst ja vorsichtig machen. Hilfe! 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 Noch nicht kaputt. Nico! So, wir haben jetzt fertig eingekauft. Jetzt geht es jetzt wieder raus. Ich habe jetzt einen schönen Auto, ein paar Adiletten geholt und dann geht es jetzt ab nach Hause. Wir haben knappe 30 Grad. Ich kann nicht mehr voll mit diesem Hals zufressen. So, bin umgezogen ab in den Pool. Komm, hol den hier. Hol! Ja, komm, hol den hier. Hol! Jetzt geht es ab nach Hause. Wieder zu Hause und damit... Ja, da fühle ich mich doch direkt wieder wohl, wenn man zu Hause ist, oder? So, der Sammy begrüßt mich auch. Hi! Hallo! Ja, der begrüßt mich auch. Ich bin jetzt zu Hause. Und ich mache mir jetzt noch ein paar Reibekuchen. Ja, Grüße kommen raus aus dem Schnitt. Ich danke euch fürs Zuschauen bei diesem Daily Vlog. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und morgen um 20 Uhr, nächste Daily Vlog. Seid wieder dabei.